Ich hab komplett vergessen die Aufnahme zu starten. Ich bin so cool. Hör mal auf zu abspritzen hier. Das fühlt sich ekel an. Ich stelle dir vor, das mache ich mit meinen Lippen. Ja. Das hört sich dann wirklich ekel an. So, ja. Also am besten nicht fieden und... ...versucht eure Lens so lange wie möglich zu halten. Ey Luca, du hast mich angeschaut als ich, das ist nicht cool. Denk dann Worts zu kaufen, ne? Ich hab keinen Bock nach euch flamen zu müssen, weil ihr an Pony stirbt. Ja. Pony, wo willst du sterben? Äh... Ah, das Spiel sieht so toll aus. Ja, meinen wir auch. Ähm, kein Postblock. Also ich bleib hier, ja. Ja. Ja, ja, er macht das genau. E-Nin, äh, E-Nin macht das genauso wie ich. Er bleibt im Gebüsch stehen, bis die Gegner reinlaufen und dann geht er auch selber weg. So mach ich das auch mal. So mach ich das auch gerade. So mach ich das auch gerade. Meine Grittwahrscheinlichkeit... Ah, gut, so kann ich meine Grittwahrscheinlichkeit beim Steigen zu gucken. Was hast du? Äh, stehen bleiben? Warum geht's nicht zum zweiten Dauer? Warum? Könnte ja jemand nachgucken gehen. Ähm. Außerdem wäre ich sowieso wieder alle, äh... Also ihr seht es ja jetzt gerade nicht, aber die werden wahrscheinlich da, da und da hocken. Kann sein. Wahrscheinlich. Ich bin so schlau, bin ich jetzt bei Ruhe und hier bin, mach ich einfach nicht. Guck da. Hey, hey, ich bin echt, ich kann nachgucken. Ich könnte jetzt einfach mal nachgucken gehen. Und wo hast du denn der Prügel gespielt, ne? Nicht gut, die wollen. Da steht niemand, okay. Keine Ahnung, wo sie sind. Hey, ich krieg MF. Ich hatte recht. Was hast du nicht? Sag mir. Das ist viel besser. Aber was hat die MF-Skills? Aha. Okay, wir haben Ex... Wir haben Ex... Wir haben Ex und Dagi. Ach, dann... Ja, Vladimir Soloth. Dieser, ähm, äh... Ich weiß nicht wie man... Wie man ihn aussprechen soll. Aber Vladimir halt ist voll aggressiv. Scale? Ja. Na, gucke, fängt schon wieder gut an. Ja. Okay. Hm. Hm. Ich will nicht sagen, aber... Diese Person. Ja, natürlich trifft mich noch. Egal. Die Solo. Das geht ja mal runter. Egal. Warte mal, ich hab' ein ultrum-ping... der S... Warte mal... ich hab' ein ultrum-ping-ing... der S... 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 ja, schnitz internet. da geht hier ja genau springt vom großen basal wie ich das scheiße finde ja der springt nicht normalerweise könnte man ja denken der ist so fair und springt auf den nächsten gegner hinter ihn nein er muss durch alle minions durch springen und mich angreifen so sieht's aus regeneration rum drin hat da habe ich schon mal einen kleinen vorteil auf die länger warte meinten solange nicht gekickt werde wenn ich wieder reinkommen ich spiele sowieso auf ecostyle also passt auf porno auf der könnte jetzt gleich denken kommen vorhin die mich noch getroffen schüttelst du ausgetikten Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass der MF sowieso eine verdammt gute Farmerin ist. Pony scheint auch nicht wirklich in unserem Busch rein gegangen zu sein oder auf jeden Fall tötet er, wenn er nur die, wow, die Großen, ich lege, ja, ich nicht. Ich weiß nur nicht, ob das gerade beabsichtigt ist, dass sie wie auf einmal so weit in der Mitte hier kämpfen. Das wird immer besser. Das wird immer besser. Er ist der eine oder andere. Ist das irgendwie wie eine Krankheit oder so? Hey, ich habe ein Ultimate. Yeah, ich habe Spaß. Ich wollte schon fast denken, die macht Ultimate egal. Aber ich habe sowieso nach einer Minute wieder und ich habe so eine hohe Mana-Ragging. Das macht mir irgendwie nichts. Also ich gebe deiner Schwester eigentlich aber... Ja, eigentlich. Ghosting to Battle. Juhhhh. Und ja, ich benutze Ghosts zum Rennen. Ich bin so cool. Nyaaaa und ich komme genau perfekt wieder zurück. Boah, hab ich Skillay. Ich hab ein FPS von 25, reicht völlig aus, solange es keine FPS lags gibt. Pony hat unseren Mana Buff gerade gelegt. Ah, ich sterbe. Ja, meine Schwester kann auch gut sein, das liegt in der Familie. Ne, die sind zu zweit auf mich drauf, gleich hab noch, äh, unter dem, hab dann mal der Heal gemacht, hab ich erstmal die halbe Zeit die Heal, und dann hat die im Rufjahn gemacht. Ja, muss halt aufpassen. Ja, bin nicht weiter weggelaufen, wär weggestorben, eh. Also, hätt nicht genau, ich glaub, ich glaub, du kommst wieder weg. Ich denk, ich spring weiter. Komm mal, scheiße. Ich war jetzt wieder da. Es geht wieder. Vor schon fast. Sorry, ich bin ein scheiß Stark jetzt. Okay. Also, vier, jetzt hab ich acht. Ich hab grad irgendwie so das komische Gefühl, so ein richtig komisches Gefühl hier an diesem Gebüsch. Oder oben an dem Gebüsch, ich weiß es nicht. Mein Hey, wenn meine Abonnenten Spaß haben. Das haben sie. Ja. Ich bin immer misstrauisch, wenn die Leute wollen, dass man pusht. Ist ja ein tolles Anzeichen immer davon, dass man ganken will. Aua, 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 aua. Ah, der Zieh, aua. Pony, Pony macht's immer irgendwie in den richtigen Abständen, ey. Immer zwischen den Fallen hat er. Übrigens, der hat gerade unseren Ding unten gelegt, also passt unten auf. War was unten gelegt. Der hat unsere Exit platt gemacht. Gerade in der letzten Minute irgendwann. Scheiß Team wird wahrscheinlich wahrscheinlich sagt es fort. Ja, genau. Au. Durchfüll. Scheiß auf die fünf Minuten, die vor mir stehen. Immer auf mich. Das ist so ein schlechter Scherz, ey. Denkt an, wenn der Ultimate von Dingens kommt, von Pony, sofort alle zurück zum Towerrennen. Oder sofort verteidigt, äh, verteidigt spielen. Wie auch immer. Shen ist Level 6, ne? Ja, der hat schnell beziehen. Boah, stell dir vor, ich bin da lag. Boah, krieg ich den überhaupt mal irgendwann mit meinem Scheiß? Hab ich schon mal g... gesehen. Schon wieder. Ja, der rengt sich so hart hoch. Ja, das ist ein... Bloody, nee, der ist jetzt Level... Yo, Level 9. Au, au, au. Der hat jetzt so einen geilen Overheal. Nein, geil nicht. Dicker Board. Au, au, aus. Kann man machen. Boah. Au, au, au. Ich glaub irgendwie Pony ist hier in der Nähe. Das ist so weh, ey. Ich hab wirklich so das Scheißgefühl, dass Pony in der Nähe ist. Geh mal zurück. Er geht lieber einmal zu oft als einmal zu wenig. Ah, das war irgendwie so klar. Oh, au. Wo soll ich jetzt mal holen? Gucken, wo oder runter? Also holen wir das Tor, glaube ich, platt. Ja, der ist kaputt. Was war eigentlich... Ah, ja, genau. MS-Passiv ist das mit dem... ...hyker langen Rennen. Gucken, bleibt die im R4? Jo, bleibt so. Ähm, wollen wir jetzt angreifen? Pony ist hier. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ne, ey, ey, ey. Ne, ey, ey, ey. Ne, ey, ey, ey. Ne, ey, 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 ey. Ey, 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 ey Ja, Schenker mit dir, dein Bein, ne? Boah! Ja, verdammt! Nein! Au, 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 au! Oh, Martin! Fuuuuh! Sie mit ihrem Scheiß-Hiel! Ey, bist der! Alle bist der! Der passt auch so! Hier, 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 hier! An hier denkt man nie! Hat ihn an? Wenn ich schlecht kommen kann, wir versuchen, hier zu leben! Oh my god! X ist auch noch da! Die sind alle da! Ich habe auch gleich mein Ultimate wieder! Der Vorteil ist, mit meinem Ultimate treffe ich wirklich nahezu immer! Also, es ist häufiger, dass ich... Oh fuck! Hast du keinen Flash? Ah, gut! Nice one! Nein! Ich habe halt daneben geschossen! Oh, das ist jetzt so... Konnte die nicht schneller werden, damit ich noch getroffen hätte, Fu? Ja, von Jahrzehnte 10, ne? Ich gebe weg, ne? Dann bleibt das in der Heimat für die ganze Zeit, oder? Ja, äh, mittels dann auch dauernd. Naja, wir haben jetzt schon mal 2 Kills. Ein Fortschritt? Ein Fortschritt, ja! Vergleich zum letzten Mal, worum war... Also, also, die haben die sehr viele Kills, ne? Also, man hat die deutsche Kills, ne? Also, man hat die deutsche Kills, ne? Und die neue Kills verlieren. Ach, sag bloß, das war mir schon am Anfang klar. Wieso? Darum? Ja. Weil darum... Die machen es so, ich irgendwann war mal eine Drache. Ich weiß zwar nicht wann, aber irgendwann. Anemis aus dem Blatt. Hey, wie toll. Dann gucke ich ja gleich mal am Drachen nach. Ah! Ey, wie viel zieht dieses Bindertöp? Oh, schon tot. Ja, zweimal in Saugen. Schau dir mal live an. Also, ein Drache schon weg. Lol, alle kommen. Alles zum Arsch. Schau dir das an, dreimal inziehen. Ja, das ist Wladimir. Ja, wir wissen, der Tau ist weg. Aber hey, der spielt da auch wirklich nicht lange lang. Ja, es geht noch 5 Minuten. Ja, wir könnten dann aufgehen, wenn wir wollten. Machen wir aber nicht. Komm, weg. Die kommen. Das, 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 das wird dann beim Gerät aufgehen. MF ist auf dem Weg. Alter, Vladimir hat sich in so zwei Haare Sachen geholt. Oh, okay. Dass sie sich nochmal hielt, ey. Da läuft sie, sag ich doch. Einmal in Schien, ey. Aha. Ja. Ei, ich wollt mich superhielt. Ja, Poli kassiert zwei Tausta �roffen. Dit 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 dit. Äh, KInner, er ist, ähm. ob er 3 m die kürzlichen die tolle schutzmann Pony hat den Scheißbuff schon bei die Kurschen kommt von hinten was die Räume schon schon weiter euch ich hab's für einen Moment gesehen ja er hat sich wahrscheinlich dann geholt mal ebenso kann ich hier bleibt niemand weiter zur verteidigung so dass er ja das stimmt das ist jetzt schon die ganze zeit in vier gegen fünf ja logisch ich sehe schon mit mir wahrscheinlich aber hey wenigstens bringt mir meinen aber wenigstens bringt mir meinen hab ich schon jetzt etwas dass ich etwas mehr gold krieg ich glaube man kommt auch hoch ich würde mal nicht darum durch den busch rennen ganz an den an uns war wieder siehst du das sind so auch sagt bloß er sagt bloß ja ich höre und mann aus hey das wurde jetzt sind wirklich alle fünf vor zahlen oder er weist aus loll von dem haus zu 200 angriff Prozent bis heute der Angriff hat sich das zufällig sein bilder dieser eine schuss da der bringt die antworten zu poni ja kommt mit keiner helfen auch geil ja es ist das beste team wird er war hier ja lauft uns doch hin wenn ihr schon mal wenn ihr schon keine tüme verteidigt ich bin da ich habe hier zwei kills wir wollten halt noch ein bisschen dafür arbeiten Rech er holt und der Tore das wird schon immer langweilig wenn man immer mit den gleichen immer gegen die gleichen Spiel das wird dann irgendwie total total langweilig er muss gleich früher reingehen ja jetzt haben sie noch nie zusammen den Dachgen gelegt ich lasse mich als erstes rein die gehen die kommen als erstes rein aber es ist die Falle spätig du reingegangen ja es wurde nicht gepostet auch wurde doch wurde und die Küche sie können die ja ich hab doch geguckt um 59 ja da war schon längst gepostet genau das kann man auch auf meinem Kanal nachgucken hab ich dann auch immer ein bisschen gucken ja dann bist du schlecht das 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 ich glaube ich habe viel zu früh was getroffen das ich habe ein Gesicht gegeben vorhundert Schadener machte wird es einfach nein der hat geschrieben wer sich hier habe jetzt keine ionische Stiefel geholt ah doch hat er ah sah aus Maul im Winkel so weg Loll mal 10 HP Hä na natürlich trifft mich die Scheiße war ja klar wow die haben irgendwie Highvision Sicht na ich kann mir eine Schattenkriege holen mach ich mal ja mein Hälfte finden können wir lange nicht mehr äh was macht Chen in der Base äh und Polen yeah Loll ja schon klar wenn die Gegner gefiedelt sind oh das ist nicht mehr und das ist ein einfach nur gefiedelt Pony ist wieder auf 5 0 der hat schon 250 Schaden ja kann man nichts dagegen machen aber mal gucken Pony war junglen und dann sonst war dann die untere und obere Linie beide gefiedelt wuuu MF hat komischerweise noch keinen Kill Surrender deine Mutter deine Mutter Schiele hat auch keinen Kill alle wollen den Pony geben alle wollen den Pony geben alle wollen den Pony geben Aua Oh, fuh, Pony. Ey, der Schaden ist ja mal... Oh, komm. Ey, verarsch mich. Das macht gar keinen Spaß mehr. Das ist einfach nur noch kranker Schaden, den ich da fresse. Nicht nur du. Ja, ich bin natürlich mal wieder mit 1000 Schaden gestorben, ne? Kennt man ja bei 1500 Leben. Okay, so vergeben sie es auch nicht. Irgendwann lasse ich die Abo runden. Und wenn immer das gleiche ist, wenn ich immer gegen Pony, gegen Exo, gegen meine Schwester, jetzt immer nur noch Spiele und immer auch nur noch mit Dekabor, Uli oder so, dann wird es mir auch einfach... Ich bin jetzt das zweite Mal. Ey, ich auch. Ja, und... Trotzdem... So, noch mal ein Ball. Hallo, bewegt dich doch mal, ey, meine Fresse. Ich bin viel besser mit Malz sonst. Ich verstehe das nicht. Oh, scheiße, gerade. Und wieso surrendern wir nicht? Was soll ich denn das wissen? Darum? Weil wir unser Surrender aufbewahren, bis die an den Nexus-Türmen sind. Das soll was bringen? Dass wir die natzen. Dass sie denken, hey, wir schaffen es, den Nexus zu zerstören und dann surrendern wir. Ich hab' wieder mal Bock, mein Ultimae zu schießen. Einfach mal so stumpf. Das war halt, ich muss... Ein-Kick. Scheiß Dragonrider, Mann. Ruh, bis draußen. Hätte ja sein können, dass da gerade jemand ist. Ja, Dragonrider ist mal wieder AFK. Ja, du hast doch schon alles im Spiel. Das ist eine wenige Zeit. Aber das wird, weil ich mehr AFK. Nee, das nennt man Lieven. No. Und Lieber gleich Bann. Guck dich da dann, wie schnell Pony die scheiß Tüme lehnt. Guck dir die Scheiße an, das ist krank. Ich bin nicht nur krank. Ja, komm, alle wollen sie mich hin, ne? Ja, cool, nicht mal dadurch kriegt. Nicht mehr durch die Fähigkeit krieg ich sich, ey. Okay, was will ihr denn? Wegfälscher, ey. Was ist? Naja. Haha, fällt. Dann kann ich jetzt nichts machen. Eben, ihn macht doch Ulti. Oh, der kommt nicht bei mir. Lol, auf der Beschwererplattform, genau. Genau. E-Nin, helf mir nicht. Verpiss dich einfach, mach nicht dein Ulti-Mail-Sach, ist das geil. Ja, komm, ja, komm, man nicht mal Kill-Steel-Schafter. Lol, fail old. So fett, äh. Ja. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt komm, gib auf. Hey. Komm, stell' den Baum. Soll ich euch mal was sagen? Nein, die guckt nicht genau weg. Blablabla. Don't, hör' den Baum. Ja, genau. Ja, genau. Ich kann mich mal ver. Ich kann mich mal ver. Ich kann mich mal ver.